ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fumma amma ba' Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf außer Allah, der Allmächtige und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi rabbil alemin Heute fahren wir fort, liebe Geschwister, mit unserer Unterrichtsreihe über das Benehmen Und heute, insha'Allah ta'ala, nachdem wir das letzte Mal über das Benehmen gegenüber den Eltern gesprochen haben, werden wir weiter fortführen mit dem Benehmen gegenüber den Geschwistern Ein sehr, sehr wichtiges Thema Zumal die islamische Gesellschaft nicht auseinanderbrechen darf Und dazu gibt es Regeln, wie die Geschwister miteinander umgehen müssen Und leider, leider, ich sage nochmal, leider gibt es sehr viele Leute, die sich nicht an diese Regel halten Es gibt die Leute der Fitna, die Leute des Übels, die ständig Unruhe hereinbringen In welcher Art auch immer Ob es von der religiösen, ob es von der Dunja-Seite ist So bricht die Gesellschaft auseinander Und zum Schluss haben wir einen Scherbenhaufen, der nicht mal in der Lage ist Etwas Vernünftiges aufzubauen Und sogar die Nicht-Muslime machen sich über uns lustig So, dass wir tatsächlich eigentlich von Allah subhanahu wa ta'ala geehrt wurden Vor allen Dingen mit den islamischen Regeln, die wir bekommen haben Aber leider haben wir diese islamischen Regeln vernachlässigt Und so sind wir zu einer Gesellschaft verfallen Die nicht mal in der Lage ist, eine Einheit zu bilden Und dazu möchten wir heute einen Beitrag leisten Bezhin la ta'ala, einen Beitrag Ein Tropfen auf dem heißen Stein Aber jeder Beitrag ist sinnvoll Bezhin la ta'ala Damit wir auch lernen, wie sollen die Geschwister miteinander umgehen Ein sehr, sehr wichtiges Thema Das Benehmen gegenüber den Geschwistern Der erste Punkt, man sollte einen guten Charakter gegenüber den Geschwistern zeigen Und wenn ich sage Geschwister, dann natürlich ist das ein allgemeiner Begriff Und in der Regel haben Brüder mit Brüdern zu tun Und Schwestern mit Schwestern zu tun Und daher sollten wir erstmal erlernen Der erste Punkt, dass man einen guten Charakter aufweist gegenüber den Geschwistern So wird überliefert von Abu Dharu So wird überliefert von Abu Dharu Das Lächeln in das Gesicht deines Bruders ist für ihn eine Sadaqah. Das Lächeln in das Gesicht deines Bruders ist eine Sadaqah, bedeutet derjenige, der seinem Bruder in das Gesicht lächelt. Bruder zu Bruder und Schwester zu Schwester. Leider haben wir den umgekehrten Fall, wo die Brüder sehr, sehr viel lächeln gegenüber den Schwestern und ihnen wirklich auch alle Zähne zeigen. Aber gegenüber den Brüdern zeigen sie die falschen Zähne, die Zähne des Angriffes. Und daher haben wir ein großes Problem, denn dieses Lächeln ist nicht irgendeine Tat, sondern sie schafft eine freundliche Atmosphäre. Und daher haben die Früheren von den Salaf gesagt, es wird von al-Bayhaqi überliefert, dass Ibn Omar dieses gesagt hat und manche schreiben das Abdullah ibn al-Mubarak zu. Jedenfalls, die Salaf sagten über dieses Lächeln, liebe Geschwister, Das freundliche beziehungsweise ein Gesicht, welches lächelt, ein Lächeln im Gesicht und freundliche bedeutet milde Worte. Das ist der gesamte Charakter. Sie haben den Charakter beschrieben mit zwei Eigenschaften. Ein freundliches, lächelndes Gesicht und auch sanfte Wörter. Dieses ist eine große, große Beschreibung von einer gewaltigen Sache, bedeutet von dem Charakter. Das Lächeln ist sehr wichtig. Warum? Es verschafft Sympathie. Und der Prophet, sallallahu alaihi wassalam, wie es in einer Überlieferung heißt, er wurde nicht gesehen außer lächelnd. Lächelnd heißt nicht grüllend oder dass er sehr lautstark gelacht hat, sondern er hat gelächelt, sallallahu alaihi wassalam. Ein leichtes Lächeln, so als ob du deinem Mundwinkel einen Drall nach oben gibst. So hat er gelächelt, sallallahu alaihi wassalam. Und wie gesagt, das schafft Sympathie. Aber das Problem ist, dass wir unsere Brüder nicht anlächeln und dass die Schwestern die Schwestern nicht anlächeln. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Man ist in der Moschee und dann kommt eine Person herein. Wenn alle grimmig gucken, wie wird er sich fühlen? Und vor allen Dingen, wenn er zum ersten Mal in der Moschee ist und er ein unbehagliches Gefühl hat, weil er auch nicht die Gemeinschaft dort kennt, und weil er nicht weiß, mit wem er es zu tun hat, subhanallah, dann gibt es Leute, die ihm einen Blick zuwerfen, so dass er am liebsten wieder herausrennen möchte. Aber wenn er empfangen wird von freundlichen, lächelnden Gesichtern, dann ist das eine Sache, die ihn erstmal herunterbringt und wo er sich dann wohlfühlt in dieser Gemeinschaft. Und nicht nur das, er wird zurücklächeln und das ist ein Signal, dass man hier die Türen zueinander geöffnet hat, liebe Geschwister. Denn es gibt manche, der sagt hier, das ist eine Sunna. Richtig, das ist eine Sunna. Aber ist eine Sunna nicht eine gute Tat? Und noch mehr als dieses, diese Sunna ist dieses nicht eine Tat, die die Herzen zueinander führt, noch wichtiger. Wenn wir eine Tat machen, die die Herzen zueinander bringt, dann sollten wir nicht nur so abtun, ist nur eine Sunna. Wallahi, manche, die das sagen, manche, ich sage nicht alle, der will nicht in das Gesicht seines Bruders lächeln. Warum? Was hat er zu verlieren? Sagt man, ja, ich bin von Natur aus so. Die Sunna ist besser als deine Natur. Die Sunna ist besser als deine Natur. Wenn du auch nicht lächeln kannst, lächle. Ja, dann bin ich aber heuchlerisch, Abu'l-Bara. Wer sagt das? Du machst das doch für Allah. Hätte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, dir das nicht beigebracht, hättest du es doch auch nicht getan. Das heißt, du zwingst dich dazu, dass du eine Tat machst, die eine gute Tat ist, weil Allah und sein Gesandter sie lieben. Subhanallah. Und du folgst dabei den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, und wirst belohnt dazu. Warum sollst du so eine Tat nicht machen? Ja, deine Natur ist eine Sache. Von Natur aus kannst du auch geizig sein. Ist das gut? Von Natur aus kannst du schroff sein. Ist das gut? Das ist nicht gut. Das heißt, wir müssen endlich aufhören zu sagen, meine Natur, mein Charakter ist halt so. Dein Charakter ist nicht der beste Charakter. Deswegen hat Allah, sallallahu alaihi wasallam, geschickt. Warum? Damit er uns beibringt, was ein guter Charakter ist. Und damit er uns beibringt, wie wir Allah, sallallahu alaihi wasallam, anbeten. Wir nehmen nicht nur vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die Ibadat, wie wir Allah anbeten, wie wir fasten, wie wir spenden. Nein, wir nehmen vor allen Dingen auch die Muammelat, die zwischenmenschlichen Beziehungen untereinander. Auch das hat er uns beigebracht, sallallahu alaihi wasallam. Dieses Warmherzige brauchen wir. Und es ist eine Tat, die wahrlich Sympathie zwischen den beiden Menschen erzeugt. Warum? Warum sollten wir so etwas vernachlässigen? Nein, liebe Geschwister, und an dieser Stelle, ich möchte euch dazu aufrufen, dass ihr mehr lächelt. Bei Allah, ihr werdet damit nicht verlieren. Denn dieses Lächeln verschafft euch selbst erstmal eine innere Zufriedenheit. Und nicht nur das. Ihr kommt ganz anders bei den Menschen rüber. Ihr müsst sie auch mal fragen. Wie war dein Eindruck von dem und dem und dem? Und schaut mal, subhanallah, es gibt Geschwister, der hat einen langen Bart, walhamdulillah rabbil alamin, dass er hier der Sunna folgt. Wir sagen, spitze. Top. Aber die Nicht-Muslime haben doch durch die Medien einen falschen Eindruck über die Bärtigen. Jetzt überlege, du sitzt mit einem Bart da und hast vielleicht alles schwarz an, von oben bis unten. Sogar deine Zahnspange ist schwarz. Dann kommt jemand herein und du guckst ihn so an. Yani, subhanallah, was soll er denken? Wie soll er sich wohlfühlen? Sag mal, Abul Barah, ich bin nicht da, um den anderen zu gefallen. Ja, okay. Allah, ich habe dir gesagt, das ist Sunna. Ja, willst du nicht die Sunna machen? Sunna bedeutet, und verzeiht mir, dass ich ein paar Worte hier verliere, weil wir es wirklich nur geschafft haben, gegenüber den Schwestern zu lächeln. Wenn eine Jasmin herauskommt, subhanallah, dann siehst du ihn nicht nur lächeln, sein Mund fliegt nach oben zum Himmel. Seine Wangen vibrieren und du siehst ihn, dass er schwebt und schwebt, aber subhanallah, das ist dein Bruder. Wieso hast du ein Problem damit, ihn zuzulechen? Daher, lasst uns, liebe Geschwister, diese Sache wieder aufleben lassen, damit wir untereinander eine bessere Beziehung haben. Biiznillah, sami'il al-alim. Der zweite Punkt, dass man seinen Bruder sah, man liebt ihn für Allah. Allahu akbar. Dass man seinen Bruder sah, man liebt ihn für Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier haben wir eine Wunderschöne überliefern, die bei Abu Dawud, fatsachnet ist, und schiehul Albani, rahimu Allah ta'ala, sagt, dass sie authentisch ist, an Anasin, ibn Malik, radiyallahu an, war da, an Anasin, ibn Malik, radiyallahu an, kundu jalisan, inden Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, idh marra rajulun, faqala rajulun, min al qaum, ya rasulallah, inni la uhibbu, hadar rajul. Anasin, ibn Malik, radiyallahu an, sagte, ich saß einmal, mit dem Gesandten, sallallahu alayhi wa sallam, als ein Mann, vorbeikam. Dann sagte ein Mann, oh Gesandte Allahs, ich liebe diesen Mann. Es kam ein Mann vorbei, er sagte, oh Gesandte Allahs, ich liebe diesen Mann, der gerade vorbeikommt. Schaut mal, was der Gesandte, sallallahu alayhi wa sallam, sagte, qala, hal a'lamtahu dhaka, hast du ihm dieses Wissen lassen, dass du ihn liebst? Und ich möchte hier betonen, das ist die Liebe für Allah, nicht genda al-bigiti. Es ist die Liebe für Allah, azzawajal. Das ist nicht eine widerwärtige Liebe, eine Liebe, die gegen die Fitra ist, gegen das Natürliche in einem Menschen. Nein, es ist eine Liebe für Allah. Dass man eine Person liebt, weil Allah ihn liebt. Und allgemein liebt Allah, subhanahu wa ta'ala, die Muslime. Ein Mann kam vorbei, sagt Anas ibn Malik, und sagte einer, Urgesandte Allah, ich liebe diesen Mann, der gerade vorbeikommt. Dann sagte der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, hast du ihm dieses Wissen lassen? Kala, er sagte, nein, ich habe ihm dieses Wissen lassen. Dann sagte er, komm a'limhu, steh auf und lass es ihm wissen. Fakama ilayhi, dann ist er zu ihm hingegangen. Fakala, ya hadha, dann sagte er, oh so und so. Wallahi inni la uhibbuk, bei Allah, ich liebe dich. Kala, ahabba kaladhi ahbabkanilah. Dann antwortete der Mann, der diese wunderschöne Botschaft bekommen hat, möge Allah dich lieben, wie du mich liebst. Subhanallah. Warum? Warum hat der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, diesem Mann gesagt, steh auf und lass es ihm wissen. Die Gelehrten sagen, weil das schafft Liebe zwischen den Herzen. Überlege, du hast mit einem vielleicht nicht eine sehr schöne Beziehung. Er ist dir vielleicht nicht sehr sympathisch. Und du siehst das manchmal, alleine nur durch den Friedensgruß. Einer guckt vielleicht komisch in der Moschee, dann sagst du ihm, Assalamu alaikum. Auf einmal ändert sich sein ganzes Wesen. Sein Gesicht ändert sich, seine Einstellung dir gegenüber. Aber du hast ihn praktisch heruntergebracht. Von da, wo er allahu alam wurde. Was er über dich gedacht hat. Was er sich am liebsten vorgenommen hätte dir gegenüber. Aber du hast ihn heruntergebracht. Und somit ist Sympathie entstanden. Und wenn du zu deinem Bruder sagst, ich liebe dich für Allah. Das ist eine Sunnah. Deswegen sage ich euch, ich liebe euch für Allah subhanahu wa ta'ala. Aber man sollte auch zurück antworten. Wie der Mann das gemacht hat? Er sagte, Möge Allah dich für das lieben, wofür du mich liebst. Warum? Weil unsere Liebe, liebe Geschwister, ist nur für Allah. Wir lieben einen Bruder nicht für einen Nutzen. Sehr wichtig. Weil manche Leute fragen, was bedeutet Liebe für Allah? Das bedeutet nicht, dass du deinen Bruder liebst für einen Nutzen. weil er dich manchmal zum Döner essen einlegt, weil er dir manchmal teure Schuhe kauft, Geschenke macht. Das ist nicht die Liebe für Allah. Das ist eine Nutzenbeziehung. Ist der Döner weg und bei den Preisen passiert das sehr schnell, dann ist auch die Beziehung nicht mehr da. Was ist dann die tatsächliche Beziehung gewesen? Es war ein reiner Nutzen gewesen. Aber bei uns ist das eine Beziehung, die nur für Allah subhanahu wa ta'ala ist. Auch wenn dieser Bruder dir niemals im Leben etwas geschenkt hat. Auch wenn dieser Bruder dir niemals etwas Gutes getan hat. Du liebst ihn für Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Er betet Allah an. Er liebt Allah und seinen Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Er liebt die Aqida von Ahlussunna. Er ist einer, der immer sich gerne einen Vortrag anhört. Wörter anhört, die ihn ermahnen. Deswegen liebst du ihn. Allah subhanahu wa ta'ala liebt diesejenigen und wir kommen dazu, liebe Geschwister, in einer wunderschönen Überlieferung. Eine Überlieferung, die eine der schönsten Überlieferungen ist. Und diese Überlieferung ist verzeichnet bei Ibn Hibban und bei Al-Hakim in Al-Mustadra. Und Al-Zahabiyyuh, Rahimullah Ta'ala, sagt, sie ist authentisch und auch Sheikh al-Albani Rahimullah Ta'ala. So kam ein Mann, sein Name war Abu Idris Al-Khawlani. Er sagte Li Mu'ad, er sagte zu Mu'ad Ibn Jabal radiyallahu'an, den großen, gewaltigen Sahabi. Er sagte zu ihm, Wallahi, inni la'uhibbuka lillah. Bei Allah, ich liebe dich für Allah. Und wie kann man Mu'ad Ibn Jabal nicht lieben? Sogar der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, sagte zu Mu'ad Ibn Jabal, Wallahi, inni la'uhibbuka Oh bei Allah, ich liebe dich für Allah. Ja Mu'ad. Das Besondere ist nicht, dass du sagst, Oh Prophet, ich liebe dich. Das Besondere ist, dass der Prophet zu dir sagt, ich liebe dich. Und Mu'ad Ibn Jabal wurde vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, geliebt. Ja, er ist sogar, wie die Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, den anderen Sahabern, ein Schritt voraus, Yaumul Qiyama, das bedeutet, er wird früher, als sie in das Paradies hereinkommen. So eine gewaltige Persönlichkeit ist Mu'ad Ibn Jabal radiyallahu anhu arda. So sagte Abu Idris, bei Allah, ich liebe dich für Allah. Schaut mal, was Mu'ad Ibn Jabal zu ihm gesagt hat. Und sie haben immer den Leuten etwas beigebracht. Er sagte zu ihm, Allah, ist die Liebe wirklich für Allah? Fakultu Allah. Dann sagte Abu Idris, natürlich für Allah. Qala Allah, wirklich für Allah? Dann sagte er wieder, Abu Idris, Allah. Dann sagte er, Allah, wirklich für Allah? Liebst du mich für Allah? Von Mu'ad Ibn Jabal? Weil jetzt kommt er mit der Riesenbotschaft. Eine gewaltige Botschaft. Deswegen hat er sich erkundigt, ist diese Liebe nur für Allah? Weil, wallahi, viele Geschwister sagen das einfach so zueinander. Ich liebe dich für Allah. Eigentlich hasst er ihn. Eigentlich hasst er ihn. Aber hier hören wir eine Überlieferung, wo Mu'ad Ibn Jabal sich dreimal erkundigt hat, ob die Liebe nur für Allah ist. Warum? Um jetzt eine Botschaft herauszuschicken. Welche Botschaft? Höre, was er sagte dann, Mu'ad Ibn Jabal. Er sagt, Frau Botschaft für dich. Denn ich hörte den Gesamten Sallallahu Aleyhi Wasallam a sagen, er berichtet jetzt von Allah, der Prophet. Sallallahu Aleyhi Wasallam. Allah sagt, wajabat mahabati lil mutahabina fiyah. Meine Liebe, sagt Allah, ist zur Pflicht geworden für diejenigen, die für mich einander lieben. Allahu Akbar. Meine Liebe ist zur Pflicht geworden. Abu'l-Bara heißt das, wenn ich meinem Bruder tatsächlich bei Allah, ich schwöre, ich liebe ihn nur für Allah. Nicht dafür, dass er mir etwas schenkt oder etwas gibt oder etwas Schönes sagt. Nur für Allah. Wenn ich diese Liebe so für meinen Bruder habe, dann liebt mich Allah, so sagt der Hadith. So sagt Allah. Meine Liebe ist zur Pflicht geworden für diejenigen, die einander für mich lieben. Ist das alles? Nein. Wal mutajali sinafiyah und diejenigen, die Sitzung machen in meinem Namen. Wenn sie zusammen sitzen, dann erwähnen sie Allah und sie erzählen über Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Sitzung sind die besten Sitzungen und sie erwähnen natürlich Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Auch für diese Leute ist die Liebe Allah zur Pflicht geworden. Nicht nur die. Wal mutabah, wal mutabah zilina fiyah und diejenigen, die einander etwas spenden in meinem Namen. Allahu akbar. Wal mutazawirina fiyah und diejenigen, die sich einander für mich besuchen. Allah. Wenn du deinen Bruder liebst für Allah subhanahu wa ta'ala und wenn du, höre zu, Sitzung abhältst, wo Allahs und seines Gesandten sallallahu alaihi wasalam gedacht wird und wenn du Sitzung abhältst, wo ihr auch einander etwas spendet, braucht der Hilfe, braucht jener Hilfe. Wir reden über Leute, die auch wahrhaftig sind, nicht die den Menschen das Geld aus der Tasche ziehen. Und für diejenigen, die sich füreinander besuchen. Dazu muss er nicht krank sein, aber auch wenn er krank ist, aber auch wenn er gesund ist. Wir kommen gleich dazu. Diesen hat Allah versprochen, dass seine Liebe ihnen gegenüber zur Pflicht geworden ist. Wer das macht, so soll er diese wunderschöne Botschaft vernehmen? Wallahi, du hast das schönste Leben, wenn Allah dich liebt. Wenn Allah dich liebt, wer soll dich traurig machen? Aber dazu brauchst du diese Eigenschaften. Du musst das umsetzen. So viel wie möglich. Warum? Damit Allah dich immer und mehr liebt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns lieben. Der nächste Punkt, liebe Geschwister, man bedeckt seinen Bruder, wenn er Fehler macht. Ein großes, großes Problem. Es gibt Leute, die sind tatsächlich schadenfroh, sie freuen sich insgeheim, sie erzählen das nicht, wenn sie einen Bruder sehen, der etwas gemacht hat, was unislamisch ist. Zum Beispiel, ein Bruder sieht einen, normalerweise praktizierenden Bruder, dieser hat sich aber jetzt zum Beispiel etwas angeschaut, was nicht islamisch ist. In welcher Richtung auch. Dann geht er gleich heraus und sagt, Oh, ihr Leute, ich habe ihn mit meinen eigenen Augen gesehen, dass er dieses und jenes getan hat. Er ist schadenfroh, dass er seinen Bruder bei einer Sünde gesehen hat. Subhanallah. bedecke deinen Bruder. Geh nicht und posaune das heraus zu den Leuten. Du siehst deinen Bruder, dass er offensichtlich mit einer Frau unterwegs ist, Hand in Hand und du weißt, er ist nicht verheiratet. Und sie sieht auch nicht wirklich islamisch aus, sondern ist eine von den Frauen, die jetzt nicht wirklich gläubig ist. Was machst du hier? Richtig ist, dass du, wenn du ihm danach siehst, dass er alleine ist, eine Nasihah gibst. Das auf jeden Fall. Und deswegen sagten die Gelehrten, Nasihah Abu al-Bara, der verdient das. Du hast nicht verstanden. Du sollst deinen Bruder bedecken. Warum sollte ich das tun, Abu al-Bara? Ehrlich gesagt, ich mag ihn auch nicht. Höre, was der Prophet Mohammed sagte, in einer Überlieferung bei Abu Dawud al-Tirmidhi und Ibn Maja und bei Imam Ahmad und Ibn berichtete, Wer einen Muslim mit seinen Fehlern bedeckt, er geht nicht raus zu den Leuten und erzählt ihnen, welchen Fehler der Bruder hatte, sondern er hält ihn bedeckt. So wird Allah diesen, der ihn bedeckt hat, so wird Allah ihn in der Dunya und in der Akhirah bedecken. Allahu akbar. Wallahi, welche Blamage ist gewaltiger als in der Akhirah. Willst du, dass die Leute von deinen Sünden erfahren, höre, was Allah Azzawajal sagt in Surat al-Tariq. Yawma tubela as-sara'ir. Yawma tubela as-sara'ir. An diesem Tag werden die Geheimnisse gelüftet, was auch immer du tief verborgen hast in deinem Herzen, um es zu verstecken, vor allen, vor allen, selbst vor deinen Nächsten, weil du dich sonst sehr, sehr schlecht vorkommen würdest. Dieses wird Yawmul Kiyama bei einigen Leuten sichtbar sein. Kein schöner Zeitpunkt. Möchtest du nicht, dass Allah dich an so einem Tag bedeckt, dann bedecke deinen Bruder, bedecke deine Schwester in dieser Dunja und tu nicht so, als ob du keine Fehler hast. Vielleicht, und das ist leider unser Problem, machen wir Schlimmeres als unser Bruder und als unsere Schwester, aber in dem Moment sehen wir das nicht. Schaut mal, was Allah sagt. So wart ihr früher gewesen, vor der Rechtleitung. Ihr habt das Übelste an Sünden gemacht. So hat Allah euch Gnade erwiesen, Allah hat euch recht gelassen. Deswegen decke deinen Bruder nicht auf. Decke deine Schwester nicht auf. Du hast irgendeinen Post gesehen von deinem Bruder, von deiner Schwester. Möchtest du sie aufdecken? Möchtest du sie blotstellen? Sie blamieren von den anderen? Mach das nicht. Bedecke sie. Und wenn du deinen Bruder und wenn du deine Schwester bedeckst in dieser Dunja, Allah wird dich nicht nur im Jenseits bedecken an einem Tag, wo die Herzen beben werden. Möge Allah uns an diesem Tag Sicherheit geben, sondern er wird dir sogar in der Dunja diese Bedeckung geben. Warum? Weil du hast diese Barmherzigkeit mit deinem Bruder und mit deiner Schwester gehabt. Das ist sehr wichtig, liebe Geschwister, dass wir unsere Geschwister schützen. Ein nächster Punkt, dass du dir rechtschaffende Freunde aussuchst. Dass du nicht mit irgendjemandem zusammen bist. Ja, du bist ein Muslim. Und ich komme jetzt zu den Beweisen, aber du kennst auch dieses und das werden wir auch gleich beweisen mit dem Hadith. Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Und lass uns von diesem Spruch, wir kommen zum Hadith von Rasul Allah Sallam Wahi Offenbarung. So heißt es in der Überlieferung, liebe Geschwister, bei Abu Dawood und Sheikh Al-Bani Rahimullah sagt, dass sie Hassan ist. Diese Überlieferung ist von Abu Rehra Radiyallohan Kala Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Der Gesandte Sallallahu Alayhi Wasallam sagte Man hat die Religion seines engsten Freundes. Darum soll jeder schauen, mit wem man sich abgibt, wer sein Freund ist. Deswegen sagen wir As-Sahib Sahib Der jenige, der dein Freund ist, erzieht dich auch. Und wie oft haben wir das gesagt, dass dieses natürlich Yawmul Qiyama eine Blamage sein wird. Für viele Leute. Schaut mal Subhanallah Yawmul Qiyama ein Ereignis. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sagt An diesem Tag wird sich ein Ungerechter in die Hand hereinbeißen. Das ist im Arabischen ein Ausdruck, das er bereuen wird. Oh weh mir hätte ich mir den so und so nicht zum Freund genommen. Er hat mich von der Ermahnung weggebracht, nachdem sie zu mir gekommen ist. Und Subhanallah bei wie vielen Leuten haben wir das gesehen? Die Ermahnung ist zu ihnen gekommen. Sie haben auch praktiziert, aber dann sind sie wieder zurückgegangen zu Momo und zu Jojo und diese haben ihn dann weggerissen von seiner Praktizierung. Wo sehen wir diese Leute wieder? in der Shisha-Bar, in der Diskothek, an üblen Orten wie Schwimmbäder und so weiter und so fort. Dieses alles hat er eine Zeit lang nicht praktiziert. Warum ist er zu diesen schlechten Orten zurückgekehrt? Weil er auch zu seinen alten Freunden zurückgekehrt ist. Was sagt Allah an dem Tag wird jemand sagen Oh weh mir. Pass auf, hätte ich mir doch den und den nicht zum Freund genommen. Er hat mich von der Ermahnung weggebracht. Er würde nicht sagen Ja Allah dieser Mann hat mir seine Schwester nicht zum heiraten gegeben. Dieser Mann hat mir kein Geld gegeben. Nein, er sagt, dieser Mann hat mich von der Ermahnung weggebracht. Das ist das, worum es geht. Es geht nicht um die Frau, um das Geld. Es geht um den schlechten Freund. der hat ihn weggebracht. Warum? Weil dieser agiert wie ein Schätan. Er liebt es, die Leute vom Guten abzuhalten und sie zum Schlechten zu bringen. Wie Schätan. Das ist die Aufgabe von Schätan. Und manche Menschen sind Schäateen. Nur im Körper von einem Menschen. Und das ist, was der Prophet sagte. sagte sie haben die Herzen von Schäateen im Körper von einem Menschen. Und daher, liebe Geschwister, lasst uns dieses genau verstehen. Wenn du schlechte Freunde hast, dann wirst du keine Sicherheit haben. Höre, was Al-Hasan al-Basri sagte. Er sagte, Besser. Und das ist besser für dich, dass du Freunde hast, die dich in dieser Welt, in dieser Dunja, das Fürchten lehren. Wenn du etwas falsch machst, sagen sie, fürchte Allah, übertreib nicht, mach das nicht. Diese Freunde sie lehren dir das Fürchten in der Dunja. Bedeutet vor Allah Aber dann wirst du, was sagt Al-Hasan al-Basri rahim Allah, dann wirst du Sicherheit haben, weil du hier schon in der Dunja Allah gefürchtet hast. Und er sagte, das ist besser, als dass du Freunde hast, besser heißt natürlich diese Freunde darfst du nicht haben, das ist besser, als dass du Freunde hast, die dir hier in der Dunja die Sicherheit versprechen, komm, mach, passiert nichts. Wenn das wirklich so schlimm wäre, hättest du schon eine Strafe bekommen. Er gibt dir Sicherheit, er gibt dir Amen, bis du denkst, warum, was soll passieren, ich habe das tausendmal gemacht, nichts ist passiert. Richtig, weil Allah deine Sünden aufschiebt, bis Yawmul Qiyam. Möge Allah uns befreuen. Er schiebt deine Sünden auf, bis Yawmul Qiyam. Deswegen diese Freunde geben dir Sicherheit in der Dunja, aber wenn du vor Allah stehst, stehst du voller Furcht vor. Schaut mal, was für einen wunderschönen Satz. Al-Hasan al-Basri hier diesbezüglich sagte, deswegen suche Freunde, die du weißt, sie werden auch mit dir diesen Weg beschreiten. Der Weg ist schwer, Yawmul Qiyam. Glaube mir, Wallahi, der Weg ist schwer. Du siehst uns viel lachen und du siehst uns, dass wir hier äußerlich und dort Spaß haben. Richtig, haben wir auch. Aber wir haben auch ganz andere Tage. Wir haben ganz andere Tage. Da reiten sie uns die Bude ein, da schikanieren sie uns wenn man sich immer wieder zusammentrifft mit diesen Brüdern und einander stärkt. Schau mal nur, dass du in die Moschee hereinkommst. Du siehst den einen Koran lesen, den anderen Dikr machen. Einen, 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 das zeigt dir, diese Leute haben denselben Weg wie du. Diese Leute haben dasselbe Ziel wie du. Und gemeinsam seid ihr stärker. Und dann werdet ihr auch so einen Weg beschreiten, bis Allah subhanahu wa ta'ala euch in das Paradies eingehen lässt. Eine weitere Benimmregel, dass du versuchst deinen Brüdern so gut wie möglich zu helfen. Nochmal, wenn ich sage Brüder, dann meine ich auch natürlich Schwester den Schwestern. Dieses, weil das eine gewaltige Belohnung darstellt. Viele Leute wissen nicht, was es bedeutet, seinem Bruder zu helfen. Aber das ist doch nicht schweres, einem Bruder zu helfen. Es ist nichts schweres, richtig, aber höre, welche gewaltige Belohnung. So wird überliefert bei Ibn Abi Ad-Dunya und Sheikh al-Albani sagt in As-Sahihah, dass diese Überlieferung authentisch ist. So sagte der Gesandte Muhammad Sallallahu Sallallahu al-Alih wa-sallam er sagte, dass ich einem Bruder bei bei einer Angelegenheit helfe, ihm das erleichtere, ist mir lieber, Rasulullah Sallallahu Sallallahu ist mir lieber, als dass ich einen Monat in meiner Moschee, Masjid al-Nabawi, in Al-Madina, dass ich einen Monat I'tikaf mache. Ihr kennt I'tikaf, das ist, dass ein Muslim sich in den letzten zehn Tagen zurückzieht in der Moschee, liebe Geschwister, eine beliebte Tag, wann? Am Ende von den letzten zehn Tagen von Ramadan. Was denkt ihr warum? Damit er Laylatul Qadr Inshallah Ta'ala erreicht. Und diese zehn Tage sind nur mit Ibadah verbunden. Das heißt, man betet alle Gebete in der Moschee, man macht Zikr, man liest viel den Koran, man macht und macht und macht. Er sagt, dass ich einem Bruder bei einer Angelegenheit helfe, ist mir lieber, als dass ich einen Monat I'tikaf in der Propheten Moschee mache. Und noch ein Geheimtipp, ein Gebet in der Propheten Moschee zählt wie vielfach? Tausendfach richtig. Und der Prophet Sallallahu Sallam sagt, lieber helfe ich einem Bruder, als dass ich einen Monat I'tikaf in dieser Moschee mache. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Das heißt, versuche deinem Bruder zu helfen. Wenn du kannst, hilf mir. Dass du nicht immer es schaffst, ist klar, aber versuche ihm zu helfen, und du liebst es ja auch, wenn dir geholfen wird. Der nächste Punkt, liebe Geschwister, dass wir unsere Brüder besuchen für Allah Subhanahu wa ta'ala. So heißt es in einer Überlieferung, die Imam Muslim in seinem Sahih überliefert hat, eine Person besuchte seinen Bruder und das war in einer anderen Stadt. So hat Allah Subhanahu wa ta'ala ihn ein Engel natürlich in Menschengestalt geschickt, damit dieser Engel ihm auf dem Weg trifft. Der Mann geht, der seinen Bruder einen Besuch abhalten wollte, ein Engel kommt, in Menschengestalt und sagt zu ihm, ein Atulik, wohin? Wohin deswegen? Dann sagte dieser Mann, ich besuche einen Bruder für Allah. Für Allah. Muss er krank sein, Abu Al-Bara? Für Allah. Hast du irgendetwas bei ihm? Ja, Subhanallah, geht es hier um eine weltliche Angelegenheit? Willst du deine Schulden bezahlen? Du machst dich doch nicht auf den Weg, diese ganze Strecke, damit du deinen Bruder einfach so besuchst. Manche kennen sowas gar nicht mehr. Dann sagte er nein. Der Mann sagte Nein, außer dass ich ihn für Allah liebe. Schaut mal, was der Engel in Menschengestellter sagte zu diesem Mann, der seinen Bruder nur so für Allah besucht hat. Er sagte Ich bin von Allah zu dir gesandt worden. Und ich soll dir mitteilen, dass Allah dich so liebt, wie du deinen Bruder, den du gerade besuchst, genauso liebst. Allah sendet extra, schickt extra einen Engel, der diesem Mann die frohe Botschaft überbringt. Dass Allah ihn liebt, so wie er seinen Bruder liebt. Allah liebt dich, so wie du deinen Bruder liebst, den du gerade besuchst. Warum besucht er ihn? Für Allah. Mach diese Absichten. Wallahi, wir besuchen viel und helfen viel, aber wir werden wenig Hassanat finden. Warum? Weil unsere Absicht nicht für Allah. Wenn du bei einem Bruder bist und du hilfst ihm beim Umzug, der Umzug ist schwer genug, wäre schade, dass du ihm hilfst und zum Schluss macht er noch Riba über dich, aber so hast du ihm geholfen und du wirst den Lohn dafür bekommen. Der nächste Punkt, dass du deinen Bruder verteidigst, wenn seine Ehre angegriffen wird. Manche Leute sitzen an einem nicht über einen gottesfürchtigen Bruder, über einen Musl. Höre, was dein Lohn ist, oh Diener Allahs, wenn du diesen Leuten sagst, fürchtet Allah, ihr solltet euch schämen, ich lasse nicht zu, dass ihr so über den Bruder redet. Höre, was Abu Dardar sagte, an dem er vom Propheten berichtete und die Beriefung ist bei Imam Ahmad und Sahih nach Sheikh Al-Albani Rahim Allah Er sagte Sallallahu Alayhi Wasallam Man radda an Irdi Achih radda Allahu an Wajhihi Nara Jahannama Yawm Al-Qiyah Allahu Akbib Wer die Ehre seines Bruders verteidigt, so verteidigt Allah ihn, indem er sein Gesicht vor dem Höllen Feuer Yawm Al-Qiyahm abwendet. Was hast du gemacht? Du hast die Ehre deines Bruders verteidigt. Was macht Allah? Er wendet dein Gesicht ab von Jahannam. Warum? Weil du hast hier nicht noch zusätzlich Öl ins Feuer gegossen, Sondern du hast die Leute ermahnt, sie zurückgedrängt, zurückgewiesen in ihre Schranken und dann hast du ihnen erklärt, so geht das nicht. Und nächstes Mal werden sie genau aufpassen, über wen sie reden. Daher, wenn du das machst, oh Dine Allahs, dann wirst du auch von Allah diese großartige Sache bekommen. Der nächste Punkt, dass du für deinen Bruder ebenfalls das Gute wünschst, was du für dich selber wünschst. So heißt es in einer Überlieferung bei Bukhari und Muslim liebe Geschwister, dass der Prophet sagte, und die Überlieferung ist von Anas ibn Malik radiyallahu anhu anda, Niemand von euch ist gläubig, bis er für seinen Bruder das liebt, was er für sich selber liebt. Niemand von euch ist gläubig, bis er für seinen Bruder das liebt, was er für sich selber liebt. Allahu akbar, wunderschöne Überlieferung. Wie versteht man sie? Ich sage euch jetzt, wie man sie nicht versteht. Ein Bruder hat einmal mit einem anderen Bruder gesprochen und der Bruder sagte, subhanallah, ich finde keine Frau zum heiraten. Achhi, du hast zwei Frauen. Scheide eine lieb sie mir. Der andere hat warum soll ich das tun? Such selber eine Frau. Er sagte, du bist kafir, weil du liebst nicht für mich, was du für dich selber liebst. Hier hat er mehrere Katastrophen gemacht. Er hat den Hadith nicht verstanden und zum Schluss hat er ihn noch zum Kafir erklärt. Sein Blut halal gemacht. Seine Familie natürlich er zum kafir erklärt, damit er seine Frau halal übernehmen kann, wenn ihr versteht. Möge Allah uns bewahren. So versteht man den Hadith auf keinen Fall. Was bedeutet dann der Hadith? Niemand von euch ist gläubig. Wir reden jetzt hier über den Glauben. Das geht um die Vollständigkeit des Glaubens. Nummer eins. Nicht um Aslul Iman. Nicht um die wahrliche um die feste Stütze des Iman. Sondern das geht um die Vollständigkeit Stufe. Wenn du für deinen Bruder das liebst, was du für dich selber liebst, bedeutet, du wünschst deinem Bruder das, was du dir selber wünschst. Du möchtest gerne ins Paradies, das wünschst du deinem Bruder. Du möchtest nicht bestraft werden, das wünschst du deinem Bruder allgemein. Du möchtest nicht gewaltige Prüfung haben, wo du Angst hast, dass du durchfällst, das wünschst du deinem Bruder. Aber das heißt nicht, was die meisten verstehen. Aha, du musst jetzt dieses und jenes für mich machen. Überhaupt nicht. Und die Gelehrten sagen, du kannst deinen Bruder vor dich selbst bevorzugen in Angelegenheiten der Dunie. Zum Beispiel. Ihr seid irgendwo zum Essen eingeladen. Wir wollen gutes Deutsch sprechen. Ihr seid irgendwo zum Essen eingeladen. Und es ist nur noch ein Teller übrig. Und zwei Leute, die beide hungrig sind. So. Jetzt sagst du Achim, nimm du den Teller. Kein Problem. Hier hast du ihn vor dich selbst bevorzugt. Kein Problem. Das ist erlaubt. Darfst du machen. Dunia. Aber wenn es um religiöse Angelegenheiten, um Ta'ah, um Gehorsamkeit geht, dann bevorzugst du hier nicht dein Wohl. Wie? Abul Ba. Die erste Reihe wird gebildet und du stehst in der ersten Reihe. Dein Bruder wollte auch rein. Aber du bist ihm zuvor gekommen. Hier gehst du nicht einen Schritt zurück und lässt ihn rein. Warum? Weil hier geht es um Gehorsamkeit um Ibadah. Hier geht es um was? Um Gehorsamkeit um Ibadah. Du hast nur noch ganz wenig Wasser um damit Wodoh zu machen. Dein Bruder will auch Wodoh machen. Es reicht aber nur für eine Person definitiv dass er einmal seine gesamten Körperteile mit Wasser wäscht. Hier teilst du nicht das Wasser mit ihm. Weil hier geht es um Ibadah. Um Handlungen die mit der Gehorsamkeit gegenüber Allah verbunden sind. Was aber Dunja anbelangt. So kannst du deinen Bruder vor dir bevorziehen. Das ist überhaupt kein Problem. Und schaut nur wie die Handlungsweise der Salaf war. Abu Hamdun einer der Tabe'in der Schüler von den Sahabern. Er hatte eine Liste liebe Geschwister wo er 300 seiner liebsten Brüder Freunde aufgeschrieben hat auf der Liste. Und es wurde berichtet dass er jede Nacht für jeden Einzelnen im Nachtgebet mit Gebet hinkriegt. Allah wa akkrieg. Abu Hamdun rahim Allah wa abdullah ibn al mubarak wird berichtet dass er als er fastend war dann saß er neben einen Bruder den er sehr gemocht hat und er hat dem Bruder die Dattel gegeben und sagte gib mir die Dattel damit ich damit meinen Fasten breche weil wenn du einen fastenden speist dann bekommst du denselben Lohn wie er dann bekommst du denselben Lohn wie er was wollte abdullah ibn al mubarak einer der tabi er wollte dass er den Lohn bekommt weil er ihn geliebt hat subhanallah dass du für deinen Bruder das liebst was du für dich selber bist der nächste Punkt liebe Geschwister und wir sind gleich fertig mach Dua für deinen Bruder ein Gläubiger macht Dua für seinen Bruder und eine Schwester für ihre Schwester so heißt es und die Überlieferung ist von Abu Dardar wenn der Muslim im Verborgenen im Geheimen das heißt nicht von der Person im Geheimen ein Bettgebet für seinen Bruder macht Ja Allah helfe dem Bruder so und so vergebe ihm seine Sünden lasse ihn in das Paradies eingehen dann schickt Allah wir haben noch andere Überlieferungen dann schickt Allah einen Engel der zum ersten Mal auf der Erde ist und dieser sagt dieser Engel das ist nur seine Aufgabe er macht das und geht wieder amin er bestätigt das mit Gebet und für dich das selben Ja gut was soll jetzt so besonders sein siehst du das ist weil du immer voreinig bist du hast nicht verstanden wenn du Bittgebete für deinen Bruder machst kann sein dass Allah sie annimmt muss aber nicht richtig richtig aber wenn du Bittgebete für deinen Bruder machst wir haben gesagt es kann sein dass sie angenommen werden oder nicht aber dann kommt der Engel und er sagt für dich dasselbe wer hat den Engel geschickt damit er das sagt Allah das heißt du wirst auf jeden Fall als Gewinner nach diesem Bittgebet hervorgehen auf jeden Fall weil Allah den Engel geschickt hat damit er sagt für dich dasselbe denn das Bittgebet vom Engel ist angenommen warum weil Allah ihn damit beauftragt hat die Engel machen nichts aus ihrer eigenen aus ihrer eigenen Hauchen stell dir vor was die Sahaba damals gemacht haben wenn sie eine Frau haben wollten dann haben sie gesagt ja Allah versorge meinen Bruder mit einer rechtschaffenden wunderschönen Frau weil er wusste zu dem Zeitpunkt ist wer der Engel sagt Amin und nicht dasselbe er hat weniger an seinem Bruder gedacht als viel mehr aber natürlich sollte der Bruder im Vordergrund sein dann liebe Geschwister eines der üblen Sachen die wir sehen auch in unserer Gemeinschaft dass man versucht nach den Fehlern von anderen zu suchen wie gewaltig der Prophet sagte in einer Überlieferung bei Imam Muslim Oh ihr die ihr behauptet ich übersetze das jetzt frei die ihr behauptet dass der Glaube in euren Herzen eingedrungen ist aber dieses nichts anderes außer mit eurer Zunge war das heißt das ist nur ein Lippen Bekenntnis redet nicht schlecht über die Muslime lästert nicht über die Muslime und folgt nicht ihren Fehler Denn wer auch immer die Fehler der Muslime nach den Fehlern der Muslime sucht so sucht Allah nach seinen Fehlern Pass auf der du nach den Fehlern der Leute suchst Und von wem Allah und Allah er kann bloß stehen wen er will und bei wem Allah nach Fehlern sucht von denjenigen die nach den Fehlern der Muslime sucht und bei wem Allah nach Fehlern sucht den wird Allah aufdecken selbst in seinem eigenen Haus Allahu Akbar Allahu Akbar Was meintest du damit Abul Barat So gibt es viele in unserer Community Wallahi ihr werdet es nicht glauben es gibt Leute die sind einfach es gibt keinen Ausdruck für diese Leute ich will auch keinen Ausdruck benutzen damit wir unsere Zungen reinigen die schauen sich von morgens bis abends unsere Videos an damit sie einen Fehler finden warum viele sind neidisch dass wir Alhamdulillah Rabbil Alamin und das ist die Gunst von Allah dass wir viele Leute haben die uns zuhören sie sind neidisch und wollen das nicht viele sind von Sekten und sie mögen unseren Weg nicht und viele und viele und viele was machen sie und ihr wisst über mich werden die meisten Videos gemacht egal von welcher Sekte egal von welchen Leuten sie wollen dass sie einen Fehler bei uns finden machen wir Fehler natürlich wir machen Fehler wir sind Menschen ich meine ich habe jetzt Allahu Alam ich glaube im Netz alleine in YouTube sind mehrere tausend Unterrichte von mir ich selber wenn ich Unterrichte von den Großgelehrten sehe dann höre ich dass der sich einmal versprochen hat bei einer Ayah oder bei einem Hadith oder bei einer Aussage von einem Gelehrten gehe ich jetzt zu den Leuten und sage guck mal der sogenannte Alem der ist kein Alem welch üble Unerzogenheit wir dann hätten wenn wir so etwas tun das heißt diese Leute trachten nach Fehler ihr kennt auch diese Prediger möge Allah uns vor ihrem Übel warnen wallahi diese Namenslosen die niemals sich richtig preisgeben aber die versuchen immer nach Fehlern zu finden die versuchen immer Fehler zu finden warum damit sie uns letztendlich bloß stellen aber Allah hat sie bloß gestimmt und das reicht warum antwortest du diesen Leuten nicht Allah sagt weil ich Allah er verteidigt die Gläubigen möge Allah uns zu den Gläubigen zählen Allah verteidigt uns er wird diese Leute aufdecken und je mehr und mehr und mehr sie über uns schreiben umso weniger Leute hören ihnen zu sehr viele Leute haben ihnen den Rücken zugekehrt weil sie gesehen haben dass diese Leute nur ein Thema kennen manchmal versuchen sie es so ein bisschen auszugleichen mit anderen Themen damit das nicht so auffällt aber ihr habt schon einen schwarzen Punkt auf eurer Stirn jeder weiß schon wer ihr seid und zweitens sie wollen die Leute in eine bestimmte Richtung lenken und jeder kann entscheiden in welche Richtung wir die Leute lenken wollen das heißt wir wollen ihren Ehemann stärken und diese Leute wollen sie nur dazu bringen dass sie über Leute urteilen von morgens bis abends diese Leute haben Heuchlerei im Herzen Allahu Akbar was sagst du da Abul Barak die haben Heuchlerei ich habe nicht gesagt sie sind Heuchler wer sagte das Abdullah Ibn Mubarak er sagte was den Gläubigen anbelangt so sucht er nach Entschuldigung und der Heuchler er sucht nach Fehler und deswegen wenn ihr solche Leute seht die haben Nifat in ihrem Herzen Heuchelei in ihrem Heuzen warum weil sie mit nichts anderem beschäftigt sind außer nach den Fehlern zu suchen möge Allah sie aufdecken mit ihren Fehlern er zitierte Abu Kulaba sagte wenn du über deinem Bruder etwas hörst das du nicht magst so versuche so sehr du kannst eine Entschuldigung für ihn keine Entschuldigung für ihn finden kannst so sage zu dir selbst vielleicht hat mein Bruder eine Entschuldigung die ich kenne schwer für viele Leute warum weil zu viel Heuchelei in ihren Herzen und dieses liebe Geschwister sollte man auf jeden Fall vermeiden auch die schlechte Vermutung die schlechte Vermutung über einen Bruder der könnte das gemeint haben der könnte dieses gemeint haben bestimmt wollte er das machen bestimmt wollte er jenes machen dieses darfst du nicht verfolgen denn Allah azzawajal subhana sagt O ihr die ihr glaubt vermeidet häufige Vermutung denn manch eine Vermutung ist Sünde du wirst in Sünde hereinfallen warum weil du vermutest über deinen Bruder über deine Schwester etwas was du nicht wirklich belegen kannst ist nur eine Vermutung und diese Vermutung haben auch viele Probleme untereinander gemacht subhanallah das fängt nur damit an einer ruft seinen Bruder an dann sagt er ihn ja du gehst nicht ran warum gehst du nicht ran ich denke du machst mich nicht ich meine ganz im Ernst wenn du so drauf bist natürlich wird er dich nicht mögen und nicht nur er auch alle anderen werden dich nicht mögen keiner mag warum gefüttert vielleicht 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 hast du mal darüber nachgedacht nein er hat bestimmt er mag mich nicht im übrigen ich dich auch nicht wenn du so drauf bist was hast du davon dass du sagst er mag mich nicht und dann subhanallah zehn minuten später ruft ihn der Bruder an er sagt zum Beispiel ich war gerade auf Toilette ich und wir kommen zu dem letzten Punkt liebe Geschwister dass man seinen Bruder verzeiht wenn es einen Streit gab oder sonstiges dann soll man hier verzeihen darum übe dich in Vergebung auf schönste Art und Weise vergeb vergeb denn wenn du vergibst wird Allah dir vergeben Allah sagt möchtet ihr nicht oder mögt ihr es nicht dass Allah euch vergibt dann vergebe auch anderen und Jafar ibn Mohammed sagte zu seinem Sohn was für ein wunderschöner Satz oh mein Sohn wer auch immer unter deinen Brüdern sich dreimal über dich ärgert und jedes mal nur die Wahrheit über dich spricht den nimm als engen Freund weil so eine Person ist wertvoll der wird niemals niemals dich verraten und er hat sich über dich geärgert dreimal dreimal ist jetzt nur so eine zahl aber trotzdem hat er nur die Wahrheit über dich gesprochen warum und hier siehst du dass er immer sein nefs unterdrückt hat seine Seele damit er nicht etwas falsches sagt trotz dass du ihn vielleicht etwas verletzt hast und daher die Geschwister sollte man auch wie wie der Prophet sagte in einer Überlieferung man sollte ein Muslim nicht länger als drei Tage meinen nicht länger was als drei Tage meinen und der bessere ist derjenige der zuerst grüßt dieses gilt in Dunja Angelegenheiten wenn es einen Streit in der Dunja gab dann soll man nicht hier diesen Streit länger als drei Tage verweilen lassen wir machen jetzt den Livestream zu und öffnen sofort einen für Fragen liebe Geschwister ein paar Minuten Zeit für die Fragen Barak Lauf Mujer Zahra Mujer 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 Zahra Mujer Mujer